Hallo, ich bin Katrin. Ja, ich hatte heute ein kleines Ganz-Körper-Look-Out von allem. Ein bisschen Arme, ein bisschen Bauch, ein bisschen Beine, alles was dazugehört. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mitmachen würdet. Wir fangen an, locker zu laufen auf der Stelle. Ein kleines Moment ab, das halten wir euch auf. Und dann könnt ihr eigentlich schon, wenn wir angefangen haben, die Matte nehmen. Oder die Decke, weil wir dann auch sieben Stunden auf den Boden gehen werden. Ganz langer laufen. Schön atmen dabei. Fangen wir an, die Arme zu kreisen. Nach vorne. Und nochmal nach hinten. Und jetzt ziehen wir hin. Fertig nach oben. Nehmen die Arme nach vorne. Und ziehen die Arme einfach nach hinten. So, dass die Schultern mit der Hände zusammengezogen werden. Genau, gleich auf der Stelle. Und zieh die Arme nach hinten. Sehr schön. Und ihr nehmt die Arme noch mit. Lass sie locker und her stehen. Kommt langsam zum Ende. Und ihr stellt euch hin. Und jetzt geht ihr eigentlich in die Karamie. Ihr geht vor, vor und wieder zurück. Vor, vor und zurück. Die Arme legt ihr weg. In dem Moment, wo ihr nach vorne geht. Strengt auch eure Arme nach vorne. So, verstehe. Und ihr marschiert nochmal nach den Städten. Auch hier stehen die Arme mit. Und ihr stellt euch hin. Und jetzt geht ihr ein Stück zur Seite und tief. 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 Immer einen seitlichen Schritt. Und die Arme könnt ihr mitnehmen. Und ihr zieht das Arme beim Ball. Und geht dann einmal tief runter. Und die Arme geht parallel nach oben. Sehr schön. Ein bisschen in die Knie gehen. Ein bisschen in die Knie gehen. Jetzt bleibt ihr noch einmal ein bisschen weiter stehen. Und jetzt tappt ihr einmal auf. Also geht tief und tief. Tief und tief. Tief und tief. Und in der Mitte wird dich riesig schön tief runtergehen. Die Arme und die Beine sind schon breit aufgestellt. Und eben tief. Und die nach oben. Und jetzt kommen wir langsam in die Knie zu Mitte. Und jetzt versuchen wir uns in die Kniebeäume zu begeben. Hinten. Dabei lässt ihr einfach ein Bein. Wenn ihr euch bockt, ist die Ferse oben. Das heißt, Schulter breit aufgestellt. Arme sind vorne. Wir gehen runter. Und eine Ferse bleibt in der Luft. Tief. 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 Und die ganze Zeit ist die Ferse nach oben gezogen. Richtig schön nach hinten runter gehen, wenn ihr euch auf den tiefen Stuhl setzen wollt. Noch acht. Noch vier. Und beim nächsten Mal halten wir runter. Halten. Noch vier. Und noch mal vier mehr rauf und runter. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Wir halten noch mal runter. Komm einmal hoch. Schütteln die Beine aus. Stellen uns wieder Schulterbeine auf. Jetzt bleibt ihr an die Ferse oben. Die ganze Zeit. Und wir gehen auch hier wieder richtig schön tief in die Hoppe. Die ganze Zeit schön atmet. Kürzeln die Beine aus. Zwei. 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 Noch acht. Herz ist oben. Noch vier. Und beim nächsten Halben. Ten. Erstens oben. Noch vier. Noch vier und wir gehen nochmal vier mehr runter. Eins, zwei, drei, vier und wir halten nochmal. Und langsam locker. Wenn ihr habt, gebt ihr euch jetzt eure Isomatte oder Aspekte und wir gehen zusammen auf den Boden und fangen erstmal an mit unserer Übung, dass wir jetzt den ganzen Körper anspannen. Wir bilden eine grabe Linie von Kopf bis Fuß. Haben wir die grabe Anspannung. Und wenn wir die wieder bildet haben, dann gehen wir einfach mal hoch und stützen uns ab. Gehen wir runter und kommen wieder bildet. Gehen wir runter. Die ganze Zeit ist der Körper gespannt von Kopf bis Fuß, sodass ihr wirklich eine grabe Linie bildet. Gehen wir runter. Kommt noch hoch. Noch vier Mal. Und das letzte Mal. Wir halten noch kurz. Und legen ab. Jetzt gehen wir in die Bauchübung, genau. Das heißt, ich zeige euch von der Seite. Wir setzen euch hin, dass der Rücken ganz gerade ist. Der hat eine ganz grabe Linie. Oder wir sind entweder angewendet oder ein bisschen höher. Das können wir entscheiden. Arme sind seitlich. Und wir klappen wie ein Klappmesser zusammen. Arme und Oberkörper ziehen zueinander hin. Arme und Oberkörper ziehen zueinander hin. Ein. Und wir halten einmal den ganzen Tag ab. Wir machen uns dann ganz lang. Arme und Tee in den Bauch rein. Kommt wieder hoch. Gehen wir in die gleiche Ausgangsposition und versuchen jetzt aber die seiteische Färbermuskulatur zu bedienen. Das heißt, wir schieben uns von Seite zu Seite diagonal mit dem Oberkörper zum Knie. Atme nicht vergessen. Gut, mit's gerade. Noch acht. Noch acht. Noch vier. Zwei. Und wir halten. Jetzt machen wir es nochmal so, dass wir zwei zu jeder Seite machen. Als ihr sagt, eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und hier bleibt der Rücken schon gerade. Eins, zwei. Ein letztes Mal. und wir legen ab und machen es mit einmal ganz nah. Tiefen, noch ein Atmen. Und jetzt nehmt ihr einfach mal die Arme zur Seite, damit ihr ein bisschen Stabilität habt. Die Knie sind im rechten Winkel angelegt und jetzt schiebt ihr einfach mal zur einen Seite und zur anderen Seite. Der Rücken ist fest auf der Matte, nur die Beine. Die gehen von rechts nach links und die dreht nur in der Teilnehmung nach. Der Boden wird nicht gewöhnt mit den Beinen. Wir stoppen kurz vorher und schieben uns von rechts nach links. Arme schön als Stütze benutzen, vom Kopf weggedreht. Noch acht. Versucht nicht ins Hohlbeut zu gehen, schön gerade am Rücken zu liegen. Noch vier. Und jetzt reiben wir gleich wieder in die Mitte. Und jetzt versuchen wir zu jeder Seite zweimal runter zu gehen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, und eins, zwei, eins, ein letztes Mal, eins, zwei, und wir legen ab und machen uns ganz lang. Jetzt nehmen wir die Beine nach oben, Fersen zwei zur Decke und wir ziehen uns einfach mit den Fingern bis in unsere Zehenspitzen ran. Lenden wir so ganz klar abholen und wir ziehen uns einfach in drei Zügen nach oben. noch acht, noch vier, Schmuck, komm möglichst aus der Bauchmitte und nicht aus der Kante, sondern aus der Bauchmitte, was du in die Mitte ziehen. Noch einmal, und wir halten. Und langsam anlegen, ganz normal. Versuchen wir noch einmal, jetzt nach oben zu kommen, setzen wir uns hin. Versuchen einfach mal seitlich, als wenn wir das in der Hand haben, die Taille mit ganz gerade Rücken von links nach rechts zu drehen. Schön in der stehenden Rückenposition bleiben. Beine sind leicht angegriffen und wir drehen uns von rechts nach links aus der Taille raus. Acht, noch vier. Und wir lehnen ab. Und machen uns zwei ganz lange an und tief in den Bauch rein. Und drehen uns die Auge auf den Rückkehr. Drehen uns flach hin. Die Hände sind unter der Stirn. Und jetzt ziehen wir uns ganz leicht nach oben. Halten etwas. Und die Arme gehen rauf und runter. Über den Kopf hin. Über den Kopf hin. Und jetzt ziehen wir uns runter. Über den Kopf hin. Und jetzt ziehen wir 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 den Kopf hin. Ganz lang nach oben. Ohne zu ziehen und zu reißen. Sondern einfach die Rückenmuskulatur nutzen. Noch vier. Und der letzte. Wir halten. Und legen einmal ab. Durchatmen. Gehen unten auf die Fersen. Arme strecken. Und langsam nach oben. Bis gerade. Ziehen einmal zu unseren Knien. Wir können dafür die Zehenspitzen anfassen. Und lassen uns mit jedem Arm zu einfach ein bisschen nach vorne fallen. Tief ein und ausatmen. Ich lege euch mal ganz kurz auf den Boden. Lass die Beine zur rechten Seite fallen. Und drehe den Oberkörper einfach nach links. Und atme noch viel tief in den Bauch rein. Jetzt zieht ihr die Seite. Fall zur linken Seite. Und drehe den Oberkörper nach rechts. Tief atmen. Und wieder. Husten. Drück hoch. Die Beine. Und rein. Wirbel. Und wieder. Wieder zurück. Und wieder. Und wieder. Und wieder nach oben. Und noch einmal in eine andere Richtung. Und noch einmal dehnen. Zieh die Schulter wieder schön zusammen. Atme den Bus vorbei. So, und jetzt einmal eins. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke Ihnen dabei und bis bald.